Hallo Leute und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play. This is all the third. Ja. Gather. Gather. Hm? Thanks for warming my seat. Gut, ähm, 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 ähm. Ah, fuck your... Fuck your two. Leut, bin ich sofort gestorben. Komm zu dir. Ja, ne, 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 ich komm zu dir, weil wir da... Oh, Leute, Leute, ich kauf's mir und dann können wir rein. Ja. Warum hab ich so fucking viel Geld? Ich versteh's immer noch nicht. Ich cheater nicht, komm rein. Komm rein. Herr Kralja. Hm? Ich renne. Waffen kaufen, gibt's irgendwas geiles? Baseballschläger, Penetrator, nein. Nein. Todesblüte? Oh ja, ich glaub, die ist nice. Vorne nicht, guck mal. Tore. Moluskenwerfer. Granatwerfer. Ich glaub, ich hab jetzt so viel Geld, ich kann meine Waffen komplett upgraden. Das ist voll scheiße. Alter, wieso? Hast du jemanden erschossen gerade? Nein. Oder überfahren? Ich bin im Laden. Bin im Laden. Hohohohohoho. Brandgeschosse sorgen für heiße Stimmung. Ahahaha. Steht hier. So, das muss jetzt sein. Ich hab erstmal nem Typen in die Eier getreten. Ja, Siggi. Ich seh' gerade, wie du den Todbringer oder wie der heißt aus, äh, upgradest. Todbringer? Ja. Ich bin an Dingen ins Publikum. Welchen Todbringer? Deine Schrotzer. Den Totengräber. Totengräber. Das kann man sehen? Ja, du hattest sie in der Hand und dann ist die immer weiter geupgradet worden. Bam! Oh Gott. Ich hab ja so wenig Leben. Jetzt hab ich zum Glück nur noch 580.000. Ja, nur noch. Was? Zum Teufel. Ja. Das war ich nicht. Nein! Das war meine Katze. Ja. Ich hab nicht meine. Ja. Mani, Tonkopf. Ach, da ist mein Auto. Oh, Leute. Mit nur einem Ralf. Nee, mit nur drei Ralf, meine. Oh Gott, Polizisten. Haut ab. Ich hab mich. Ich hab dich immer wieder. Das ist nicht so schön zu ihren Besuchern. vollfügbar gegen Respekt tauschen sie macht es um das war es hier auch zu sehen sie gibt es doch was er bringt wir haben es hier kurz die Welt der Falle wer bist du versichert ich bin nicht wahr mir ein paar was habe ich glaube ich auch schon mehr soll mein wie ist der wagen noch mal der aus apb das ist genau das ist ein kabrieres ist so sein ich würde jetzt hätte ich mal wieder eine mission machen es will ich nicht du wolltest bin ich habe ich habe noch mehr ja du hast ja auch geschehen ich habe nicht geschehen er hat gecheatet er hat es mir gesagt genau auf screen da würde man ja auch so muss die polizei anlocken ich glaube nicht die polizei an wenn du rauskommst kaufen kann ich das hier gekauft habe ich das gekauft und dann können wir beide unverdächtig werden kauf du dir mal alle Sachen mit deinen gescheiteten es ist nicht gescheitete wieso nennst du mich Hure nur weil du cheatest ich cheat nicht und cheatest es nervt echt voll vor Ort getan hab alter wieso als ihr wichser ich hab da nur gehupt kannst du jetzt in den laden fahren dann höre ich vielleicht auch aufsicht cheater zu vielleicht also nicht höchstwahrscheinlich nicht aber vielleicht dann lalalala wachst erstmal unter dem auto ich glaube ich glaube ich habe es nicht gefehlt wenn ich jetzt der war nicht geil oh ja nicht deiner aber der ist auch gut wird man noch nicht mal richtig lackiert und sowas wir können in diesem spiel so viel einfach nur die ganze zeit alter lauf doch mal alter fickt ich weiß du ganz ehrlich fickt ich will mir erst mal den finger zeigt der wohl so weil ich ihn angehübt habe ich habe mich so aufgeregt deswegen haben wir uns mal gekämpft wir können das Ding gehen wenn ich feier weil er hat ich noch abgesehen ich muss mich ja ich wollte eigentlich noch kurz in den Wagen lackieren weil dazu kam ich nicht weil ich rausgerissen wurde weil du ein paar Leute angelockt das auf uns aufmerksam gemacht Gottmann wird es mal was geiles an dem an dem Ding sehen in welchem Ding an dem ihr kommt auf die Polizeiwahl Pater Gott zum Hochladen Nordrhein-Württemberg wenn ich kommt es ist wieder seine Pizza ich habe Hörner überfahren ich habe den nicht gesehen ich war noch nicht drin ich komme nicht rein ich möchte nur ganz kurz rein fahren und lackieren da hocken die aber auch mitten auf der Straße so dass man die die Hau war sie auch immer aufgefahren für die Dunkelheit ist so dunkel ist jetzt auch wenn ihr was du es anhaben was genau aus die Farbe der Straße das ist das Schlimm dann habe ich gerade ein Meter vor mir gesehen was soll das denn heißen die Hälfte ja so denkst du als über mich das ist entscheidend zudem Helmut Lachsen Helmut Verschallt auf dem ja manche sehen manchmal so gut ich habe sich vorliegen steht es auch dort war es sein da wir sehen aus wie Megan Fox auf jeden wo das war eine Banzlob ich fahre so mit meinem Polizeiwagen auf den Schienen was sehe ich so vor mir ein paar Leute ich weiß ja was ist das wir fahr einfach durch erstmal voll durch die Bandoperation geruscht und das erledigt ist mit meinem NG das haben wir wieder ein bisschen money und so jetzt haben wir uns scheiß ja du genau du ich mache nur ganz schnell noch was ich weiß nämlich genau was ich machen möchte ich war zum Hauptquartier des Saints okay mach doch also eine Mission lohnt sich glaub ich nicht mehr wieso das ist die Folge zu ändern ja in dieser Folge zumindest nicht wahr ja aber ich weiß ja nicht dann wie lange ich noch kann lol ich fahre gegen eine Dings gegen eine Bushaltestelle die fliegt erstmal komplett ohne zu zerbrechen mit wuff einfach weg einfach weg im Gegensatz zu dem Container und den Granaten die gerade auf mich geschossen wurden und ich bin tot scheiß Lucha scheiß Lucha scheiß Lucha scheiß Lucha also musst du dich eigentlich immer bekannt machen ja ich glaub ich bezahl mal unser Krankenhaus dann können wir müssen wir weniger zahlen glaub ich ja 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 boah man kann es aber auch in die Länge ziehen war ich bin hier der ganze Zeit tun und man macht das ja ich mach mich ja nicht absichtlich ja ich tune grad nicht ja gerade hast du eben auf mich warten müssen bei Tuning oder hast du einmal die Position wechseln müssen mehr nicht eben nein oh der hat demzeit total ja der Mann keine Ahnung ich glaub die kriegt die nicht mehr du musst dir was machen wie alt sie ist ja Leute ich war nicht von dir gefessert und ich hab ein Quad gefunden was du was du auch finden kannst ein Laden in den wir jetzt beingehen weil ich zu mir zurück zurück zum Apartment diese dann zum Apartment da dann weil das relativ nah ist und wir dann da unverdächtigt werden noch mehr wer aber diese Waffenladen oder da ein bisschen also ich fahre nur mit drei Reifen und mit einem Smart das voll anstrengend ich fahre mit vier Reifen mit nur Quart hey ah ich brenne brenne sollte sich aussteigen ja so auf knapp knapp auf schnapp ich mir mal ganz kurz den Wagen damit ich überhaupt dahin komme noch den Waycaster alter ihr Wichser fahrt doch nicht in mich rein äh alter da the fuck meine Reifen sind ja hier auch kaputt wenn ich endlich mal da da ist einer mit dem Motorrad weggeflogen man kann die übrigens auch im Dings wenn man bei ja im Apartment ist kann man die auch upgraden ohne dass auch selbst wenn man verdächtig ist doch ich und dann wollen in den Mann sie die Zeit das gleiche gleich vor allem jetzt tunst du Ja jetzt, weil die Folge eh gleich zu Ende ist, weil es eh nichts verbringt. Ja, war das nicht von vornherein klar? Kann ich denn Quatsch klauen? Schach. Kannst du nicht. Das wäre aber lustig. Wenn ich da jetzt könnte man bei Notions das Quatsch klauen würde. Das würde ja aber eh nichts bringen. Doch, dann hättest du kein Quatsch mehr. Doch, das wäre nicht in meine Quatsch. Ja, aber... Ja. Aber, ja. Ich hab einen Hammer. So, guck, das ist jetzt mein Quatsch, das ist mega geil. Sogar mit Unter... Nein, Quatsch sieht man gar nichts. Das ist unterbauen. Das ist unterbauen. Das ist unterbauen. Das ist unterbauen. Was wäre noch eine Minute, eine Minute genug, um Quatsch zu schocken? Eine Minute genug für ein Bestjump. Ah, nein. Mit Unterbauer. Aha. Eine Minute genug, um zu speichern. 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 Inhalt wird gespeichert. Bitte warten. Ja, dann... Gut. ich war nämlich noch nicht ganz fertig ich schieße hier um schon mal mit einer Reaper so habe ich noch kein Unterbodenlicht das sieht man auch normalerweise oder jetzt ist man oder ob ich selbst gehen kann Niemann wenn man da man zu uns sicher doch nicht lang aber ich weiß es ist tun was verstehst du an ich brauche nicht lang das verstehst du an ich brauche nicht lang ja was verstehst du daran also wirklich das ich brauche nicht lang dritte da wo ist nicht scheiße ich bin verwirrt ich bin am krepieren kannst du mir bitte hochhelfen wo bist du direkt vor dem eingang ich komme schon aufmachen musik ist gerade auch folge aua ja das war ja quatsch nein das war voll aufmachen und nach vorne kamen. Fuck. Wie geil pink mein Auto hier drin leuchtet. Ohne Scheiß. Ich schieße ja nicht auf dich. Nein, gar nicht. Nicht direkt. Hast du mal mein Auto gesehen? Komm mal her, ich will was witzigst du. Nein, du schiehst du nicht mehr. Nein, komm, ich will mal da richtig so schießen, dass du runterfliegst. Das war geil. Nein. Alter, du Hundepimmel. Hundepimmel. Das muss man gar nicht mehr machen. Über diese Gedanken gar nicht mehr laufen. Jetzt mal zuerst wirst du Huren so sagen. Du wolltest du Hunde so sagen. Und dann wolltest du die Schwanz sagen. Und dann hast du aber gepimmelt. Ja, du hast auch gepimmelt, ey. Nein, du Wichser. Du sitzt hier oben. Ich höre gerade erst auf, dass ich jetzt noch die Anime-Mietze anhabe. Polizist mit Anime-Mietze. Leute, jetzt habe ich die nicht mehr. Nur wenn ich mit dem Fallschirm springe. Also mein Fallschirm ist in einem Anime-Mietze-Rucksack drin. Du kommst hier nicht rein. Sicher? Ja, fast. Fast. Du kommst hier nicht rein. Du gehst hier nicht auf, du Wichser. Nein, nicht. Ich sterbe hier nicht. Quatsch mach ich doch nie. Wenn ich unten bin, gehst du eh wieder hoch. Quatsch. Niemals würde ich sowas machen. Fuck you! Würde ich niemals machen, oder? Oh, oh. Würde ich nie, 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 nie. Ja, jetzt machen. Niemals! Eigentlich müsste ich hier jetzt den Helik klauen, wa? Ja. Ja, und jetzt kommst du nicht alleine hoch. Natürlich. Okay, kommst du nicht, habe ich schon probiert. Oh, ich brenne. Oh, oh. Kann ich dir hochhelfen? Komm ich nicht, nein. Was, wie bist du hochgekommen, du Wichser? Wie? Ist so ein kleiner Gehypsitz von mir. Bist du jetzt wieder unten? Ja, ganz kurz. Bin ich wieder oben. Ich hab nur ein Problem. Ich komm nicht aus der Tür. Ja eben. Warte, ich nehm dir. Wo bist du? Oben? Ich bin neben dir. Krass. Nein! Das war so krass. Das war so klar. Okay, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder über 20 Minuten und ich tipp dich mal. Ach, das sieht nicht wieder mal aus. Alter, wie ist der Liga? Oh Gott! Wie denn? Zum Depp bereits. Der Liga. Oh Gott. Danke für's Zuschauen. Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer GcG. Und? Überall dazu. Haut rein. Lol.